halli hallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren schönen weihnachtsfolge ja brot und spiele wir haben das schon hinter uns aber wir machen jetzt alles in kooperation und freundlich und so spoiler ich weiß sie alle zerschnetzeln aber ja also ich habe die noch nicht ausprobiert ich will die genau ausprobieren so weil das hier alles schön weihnachtlich ist und so nutze ich auch ein paar weihnachtliche karten weihnachten und so was haben wir denn alles so viele weihnachtskarten wie möglich rein zu hauen ja ich bin schon bin schon bei ich bin schon dabei ach komm schon das blöde ist wie viele charaktere gibt es aber man muss voll viele fehlende story freischalten ja 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 krass ich mache sich charaktere müsste ich mal echt den ganzen machen ich muss weiter machen ja sollte ich vielleicht auch mal machen was das denn für eine flying camera was und what is going on wen nehme ich denn ich weiß es was ist los hier was nehme ich nur ich glaube ich werde nicht mehr mit dem Handys. Fluch und Segen. So. Schade, dass manche von den Karten... Oh, Alter. Alter. Was? Dat Handy, Alter. Dat Handy. Handy auch du. Schmeiß es raus aus dem Fenster. Wünsch dir ein neues. Ne, okay, ich nehm... Ich nehm mal die. Du sitzt aber noch rum und kann dir ein neues schenken. Mach. Ich bin okay. Ich kann mich nicht entscheiden, das ist... Just do it! Do it! Just let your dreams come true! Do it! Yesterday you said tomorrow, okay. So just do it! Uh, der neue. Das ist Shem, oder? Das ist Sherry. Sherry, okay. Sherry, Sherry Lady. Die hat alles plus eins. Sherry, Sherry Lady. Oh, mein Gott, im Mausher. Alle, wie sie alles schön singen können, ey. Wir müssen mal was... Ach, Mom, ich hatte auch schon die Story gespielt. Wir müssen mal ne Platte aufnehmen zusammen. Ey, danke. Bin dafür. Oh, nicht. Das ist ja alles noch nicht. Ach, komm schon. Ach komm schon. Du kannst eine wunderschöne Singstimme kommen. Ich doch nicht. Ah, was hab ich für ne Karte? Okay. Ähm... Bop, 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 bop. Das sind ja alles A Cappella. Nein! Oh ja! A Cappella, Sherry, Sherry Lady. Das war auch geil. Und nicht wundern übrigens, wenn ich angreife, greift der trotzdem zuerst an. Ja, das ist der Fake, hab ich gerade mal gesehen. Ja. Okay, nice. Defend. Ähm, mal schauen. So, machen wir das einmal. Dann geht's schneller. Weißt du, Sherry ist passiv-aggressiv. Genau. Das musste Kampf, oder? Klar. Ohne Feitsche versteckt. Wie war das immer da drauf? In der Tat. Ich musste mal echt die Story spielen. Das Sora ist ja auch ein Story-Char und so. Ja, auch zum eigenen Spiel eigentlich, ne? Naja. Ich freu mich auf das Spiel. Das kommt ja am 5. Januar. Gleiches. Sora? Ja. Echt? Okay, wusste gar nicht. Cool. Bin ich mal gespannt drauf. Was, an meinem Geburtstag? Ja. Oh, Tickel, komm her. Löt sich was, zu erwaden, aber ich bin mal vorsichtig. Yes. Wie es ja auch noch ein Peace gibt am Ende. Ich finde es voll geil. Mir gefällt sie. Na komm. Ja. Yo, Sora. So, weiter geht's. Ja, komm, ich schlicht. Okay. Sein oder nicht sein? Das ist hier nicht die Frage. Gut und schmäle. Oh, okay, besser Def. Oh, shit. Unterhaltet mich, ihr niedrige Passanten. Oh, nein. Entertain mees Passants. Surprise, motherfucker. Okay. Surprise, Lofo. Okay. Die sind alle Kartenhauten und ich nur eine habe. Ah, nee. Das ist halt auch noch. Deine Zeit wird auch noch kommen. Aber. Obwohl, das wäre dein Todesurteil, oder? Nee, ich würde es nicht tun. Das Problem ist, egal wo ich hingehe, er verfolgt mich jetzt. Nee, ich mache es mal nicht. Deine Todesurteil wurde gesprochen. Bist du so, duklimat. Wer hat, aber, äh, Mist, ich will die Karte nicht nutzen. Vielleicht, du kannst entgegenkommen. Ah, Karte gezogen. Hallo. Schön. Soha guckt immer so aufgeregt. So, so, so mega aufgeregt. So. Bist du niedlich. Warte, ich kann keine Karte benutzen, sondern so. Aber der kriegt voll die sozialen Karten. Was da los? Stimmt doch gar nicht. Naja, nicht sozial. Es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten, richtig. Heute wollen wir alle mal ein bisschen fair sein und so. Oh, scheiße. Okay. Wir müssen dieses Random abstellen. Nein, Random ist cool. Nein, nein. Das bleibt. Nein, das ist nicht. Oh, nice. Noch am meisten Spaß bei dem Spiel. Legst du schon vor, so, so. Damit geht mir in die führende Runde. Also, ich wünsche mir, dass der Gegenangriff von dem Viech nicht so hektisch wird. Ja. Oh, das war's. Goodbye, world. Du kannst das nicht anfangen, ey. Bye, my love. Goodbye, world. Goodbye, my friend. Du hin. I've made my mistakes. I've nowhere to run. Nowhere to run, nowhere to hide. Everybody singing bye, 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 bye. Ich sehe schon, das wird eine sehr musikalische Folge. Das ist eine sehr schöne musikalische Folge, ja. Endlich. Okay, und dann kommt Last Christmas an. Ich aus dem Haus heraus. Musik ist doch was Schönes. Ja. Ja. Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, let me go. Okay. Oh, das ist diese komische Karte, ja. Die Yu-Gi-Oh-Karte. Oh, Yu-Gi-Oh. Das habe ich nur getan. Du hast deinen Untergang besiegelt. Ja. Ich will noch nicht frühzeitig zur Hölle fahren. Musikalische Hölle. Oh, yeah. The devil wants to rock. Oh, yeah. Meh. Lebensfelsen, nichts. Gott, verdammt. Der Zicken mit den Horn, oder? Ja. Oh, jetzt sind alle weg. Äh, 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 äh. Bedacht. Wähle mit Bedacht. Die blaue oder die rote Pille. Die blaue oder die rote Pille, genau. Der Klassiker. So. Kein Pinken. Kein Pin Camouflage. Der Camouflage. Ich gehe so rum. Ah, okay. Ach, weil es so schön weihnachtlich ist. Ich behalte nur die weihnachtlichen Karten. Oh. Das ist schön, ne? Da hinter steckt bestimmt ein teuflischer Plan. Natürlich. Immer, immer. Oh. Oh. Oh, du bist. Oh, du bist. Eeeey. Oh, stopp. Okay, also irgendwie die Hyper von, von, von Sherry ist irgendwie fies, aber auch fies für mich. Hm. Na, gucken. Erstmal gibt's hier schön, was weiß ich, dass ich es. Yay. Würde ich selbst. Für, ja, schon. So ungefähr. Oh, okay. That guitar, oh. Ihr wisst doch, dass ihr auf was Gechilltes steht, Leute. Ihr mögt doch Jazz. Ja, ist das sowas wie... Und schon hat es abgebrochen. Määä. Sorry. Oh, der Chef. Stop, stopp. Meine Zeit wird kommen. Ach, das ist der Team, okay. Nee, ich muss ehrlich sagen, die Team Stream ist die von der Magierin. Von Nanako, meinst du? Ja. Ja, von der Lelandis. Die ist gut, ja. So, jetzt zieh mal zwei Karten. Top der Gear. Oh mein. Okay. Wie viel furchtig? Okay, nice. Ich mach einfach weiter. Damit geht Moobiu in die führende Runde. Ja. Ich folge von Mo. Jazz ist... Also hier, Mo ist weiter. Ja, ja. Der hat mehr Sterne. Oh, aber ganz knapp, hey. Ganz knapp. Berechnet. Ganz berechnet ist das, ja. Äh, versuchst du es oder nicht? Mensch. War für der aber. Dabei war ich schon im Blutrausch. Ich wollte schon... Ja, ja, ja. Komm her, Chicken. Ernst? Puh. Puh. Ja, komm her. Putsch. Hätte auch Ewaiden mal hören können, damit ich dich gekillt hätte. Der Schaden ist real. Mhm. Das Song ist real. Bloods Green. So real. So real. Yay. Boring. Oh, du bist ja. Ja, ich hab immer nicht gesagt. Das ist ganz gefährlich. Lieber play safe, ne? Ja. Ist besser. Killabstauber. Killabstauber. Das ist nicht abgestaubt. Der hat total verdient. KS. Auf K. Auf K. Ich geh nochmal auf Angriff. Ah, perfekt. Jetzt kann ich Killabstauber. Ist auch gut. Sag mehr. Boom. Boom. So, heute Abend gibt's Möwe. Mh, lecker Möwe. Mh, ich geh um. Mh, lecker Möwe. Was war die Karte nochmal? Exodia, also damit kannst du Insta-Vinden, also. Das ist doch was ähnliches wie Exodia, das Ding. Oh mein Gott. Okay, das ist sehr hart. Bitte. Alter, ihr. Oh, in dem Moment kriegt er nur ein. Quit game, uninstall. Uninstall game, ja. You died, lol, you died, lol, lol, you died. Ja, ja. Komm her, komm her. Get over here. Get over here. Nicht, wenn du Killst abstauben und du hast zu viel HP dafür, weißt du, Selosk. Naja, und? Du gleich nicht mehr. Meine Strategie ist simpel, aber effektiv. Einfach angreifen. Oh, komm her. Ah, schön. Oh. Hä? Es geht ab. Oh. Stop, stop. Egal. Äh. Was zum Teufel, was ist das denn? Oh, ich hab... Ich hab... Ah, schön. Mach mal erstmal das. Und dann weiter. Oh. Das Hündü. Es will mehr. Es will Blut. Blut und Spiele. Es will verderben. Oh ja. Zerstörung. Ich bin weg von dir, Selosk. Nein, ich bin auch weit gekommen. Du bist aber sehr weit gekommen, ja. So. Ich ess'n Cookie erstmal. Cookie time. Oh yeah. Kekse. 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 Alles geplant. Möge seine Seele entfrieden, ruhen. Oh ja. Kentucky schreit ficken. Wirft dem Furschen zu poten. Waaat? Karten oder Motten oder Sterne? Sterne. Sterne. Greife nach den Sternen. Not in my eyes. Alter. Egal was für Drogen du nimmst. Nimm weniger. Er braucht den Stoff, lass ihn. Das Problem ist ja, das produziert sein Körper selbst. Ach so. Oh. Hashtag Hashtag. Infinite Ammo, ha? So ungefähr. In feier. Okay. Oh. Müssen wir echt aufholen, ne? Ich bin immer noch beim Rang 2, ihr seid alle schon 3. Ist ja furchtbar. Geht so nett. Ah, wenigstens hab ich eine nette Karte jetzt, hm? Vielleicht doch alles. Hm. Ich hab Glück. Ich lass mich mal teleporten. Nice. Ich krieg keine Sterne. Immer wieder, wenn ich mal aufsteh aus dem Tod, dann kommt ein fucking... Da kommt ein fucking Gegner, ne? Das sind Gegner-Panels und überschreiten alles. Die Gegner fühlen sich halt von dir angezogen. Oh ja. Ich muss immer noch auf ein Drop-Panel kommen. Wer hat die meisten Sterne von euch? Moment. Demo. Das ist Demo. Ich hab nämlich immer noch Flip-Out. Haha, bitch, please. Awww. Scheiß-Dweck. Stay at home? Bring mir das was? Nö. Ich glaub, dir bringt das grad nichts, ne? Da macht Chicken Platz. Los. Do it! Just do it! Wie du triffst daneben? Oh mein Gott. Okay. Das hat sich nicht gelohnt. Nein, das hat's nicht. Oh Gott, Boss, Alter. Und zumit mischt sich der Bosch ein. Player 2 appears. Ja, der Bosch. Der Bosch. Oh. Der Chef. Oh, hot. Der Chief Checker. Christian 1, Chapter 6 für Movement Battle Bonus und Drop. Ja, ja. Nein. Ja. Junge, du bist im Marsch, Meteor. Du bist im Marsch. Oh, wow. Glück. El, Nigga Lacker. Dafür hat er, äh, Evade. Ja, dafür kann er immer 6er rollen. Das ist echt geil, die Karte. Also ich höre das gerne. Ja, außer wenn du auf den Drop Panel kommst, dann hast du auch immer das. Ja, dann bist du halt, ja. Dann verlierst du eine Menge. Aber das kombiniert nochmal mit irgendwelchen, äh, aggressiven Karten, weißt du? Du hast mich plus 2 ATK oder sowas. Grad, was er jetzt gemacht hat. Das ist doch schon echt geil. Ah, ich kann das nicht benutzen, was ich gerade habe. Das wäre sogar so gut. Soll ich das tun? Tu es, tu es! Just do it! Stell auf. Alter, nein! Oh, mein Gott, ich habe so einen Stopper. Der Wreck! Da geht, Alter. Alter, der Moe, Alter. Ah, eine Karte, ne? Du hast es doch gewonnen. Gewonnen? Der Todesengel wird dich zerstören. Oh, nein. Du hast doch die arme Valkyren aus dem Spiel. Ja, gut. Ich bin nix dafür. Ja, das... Ja, überlegst du genau, was du jetzt tust. Mal! Oh, nein! Du hast noch einen. Hab ein Herz! Hab ein Herz! Hab ein Herz! Los, töte es! Oh, mein Gott. Töte es, bevor es Eier legt. Töte es, bevor es Eier legt. Stopp. Immer mal an. Oh, mein Gott. Das war's. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt nochmal. Oh, nochmal, weil es so schön ist. Oh, schade. War noch ganz gefehlt. Alter, die Karte kommt so über, Alter. Komm ich mit neben? Ja! Oh, ich muss die Karte abwerfen. Scheiße. Auch noch das. Das auch noch. Oh, mein Gott. Oh, nein. Oh, warte mal. Oh, was? Oh, was? Oh, was ist denn was? Nein! Ah, nicht viel. Fuck. Oh, nein. Oh, Mist. Wäre es ein Zeug gewesen. Wäre es toll. Ah, Defend. Na, gut. Oh, knapp. Nein, du lebst da ja nicht. Stein. Ich komme mal zu dir. Ich kusche mich dazu. Na, Meteo, wie geht's? Wie geht's? Ich tritte gerade auf deiner Brille rum. Äh, wieso? Na, wie ist das Wetter da unten? Ja, die Luft ist ganz schön dünn, weißt du? Oh, mein Gott. Das ist doch gar nichts, Mann, ey. Vielleicht, wenn du Wayne sagst. Oh, jetzt reicht auch. So. Endlich komme ich mal hoch, ey. Meine Presse. Hat aber lang gedauert. Was ist das denn? Also, wie viele Trap-Cards hier bei 1 liegen, ne? Das ist wie in den Feld. Ey, endlich home. Schon lange her bei mir. Alter, was für die Musik? Das ist mega gechillt, Alter. Lass den Musik. Hier, noch ne Trap. Alter, noch mehr Traps. Wie lösen wir das Problem? Ja, endlich ein Drop-Panel. Bringt das jetzt was? Weil Mo verliert auch ein paar. Ich hab so auch was verloren, aber was soll's. Voll gechillt, Alter. Hatte ein bisschen was von dem Bar. Oh, ja. Ich sag, Latte-Music. Ich geh mal Glühwein holen. Willkommen in Kuba. Willkommen in Kuba. So, was haben wir hier? Soll ich sozial sein oder nicht? Nee, nee, sozial sein ist scheiße. So, go. So, noch ne Trap. Beim eigenen Ding, aber ist mir egal. Weißt du warum? Du, so ne Frage, Seelos, wieso hast du deine Trap auf dein Haus gelegt? Weil, ich weiß, dass andere Leute ebenfalls versuchen werden, auf mein Home zu kommen, weil sie dann möglichst schnell abschließen können und so. Und einer da vortreten wird, bevor ich dort drin trete. Also, die Musik ist meiner Meinung nach zu fröhlich. Viel zu fröhlich. Viel zu fröhlich. Ja, hier geht's ja nur um Blut und Getärme. Wie's aussieht. Na ja. Ich mach diese Musik. Hi. Oh Gott, ein Pen. Hi. Was geht ab? Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, hat sich aber voll nicht gelohnt. Und das gleiche nochmal. Oh, schön. Ah, jetzt bin ich auch endlich mal in Stufe 4. Ah, so schön. Endlich gehöre ich zu den Stufe 4, äh, 3, lauter und höher. Ich muss endlich mal weiterkommen. Aber ich glaub, Mo hat er gewonnen. Ja, sehr wahrscheinlich. Ei, ei, ei. Wenn ihr euch jetzt noch zusammenreißt, könnt ihr ihn noch besiegen. Ja, ja. Noch ist das letzte Arme noch nicht gesprochen. So sieht's aus. Scheiße. Nein, was war das? Du verlierst alle Karten, das war meine. Oh nein. Ach, ihr seid so Arschlöcher. Sehr gut. Sehr gut. Ja, geschehen. Geht's gut? So. Gut, gut, gut. Ihr müsst halt auch schauen, wo sie bleiben. Bitte, bitte, come on, everybody. Come at me, bros. Oh, das bin ich. Ich hab mir gerade gelesen. Ich dachte, wenn du es durchsassst. Oh Gott. Ja, komm her, komm her, komm her. Oder, 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 oder. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Alter. He's a legend. Oder, oder? Oder, oder, oder. Oder, oder. Ich hab jetzt keine Karten, um mich zu verteidigen. Das ist scheiße. Oh, scheiße. Oh, gar nicht mehr weitermachen. Oh, hab ich gerade Glück gehabt. Oh oh. Oh oh. Alter, wie er Glück hat, ey. Und ich move noch immer. Oh oh oh. Bitches, please. Fight all the other players in order. The enemy goes first during battle game evasion one. Tja. Das ist doch krank. Das ist doch krank. Wie bei Andreas Keeling. Danke, ich komm gar nicht mehr. Ich hab verloren, auf jeden Fall. Das hat sich ja angehört wie bei Andreas Keeling. Das ist doch krank. Ist es auch. Halt. Es ist jetzt nicht das, was ich denke, es ist, oder? So. Ah. Ich mach mal nichts. Ich halt mal die Füße still, ja. Hab ich mir schon halber gedacht. Ah, ich mach mal hier. Beieben. Eigentlich die falsche Richtung, aber okay. Ach. Hi. Ich schoss grad von dir weg. So viel jetzt. Du musst echt nur nach Hause. So freut mich der schmacken Ardor. Der hat doch nur noch ein HP, komm schon. Warte mal, was für eine Karte habe ich noch mal Glück. Ich kann mich an irgendwas erinnern. Und die liegt auf seinem Haus. Wir haben verloren. Das weiß ich jetzt schon. Jetzt macht er eine 6. Ah, nee, schade. Daaah. 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 Haaaah. Haaa. Daaaah. Daaam. Daaaam. Naja, gegebenenfalls. Oh! Nachlich. Mach mal Boss mit einem Hotmail. Hat die einen vielleicht irgendeine Karte, womit man Player Positions ändern kann? Wäre nett. Verschwende. Verschwende. Freutlicher Empfang. This is my last resort. Oh my god. Du wirst mich eigentlich gewinnen lassen. Nein, du hättest hier gewinnen lassen. Schlecht. Sooooh. Schlecht. Ben, wieso? Wir hätten weiterspielen können. Oh, zum Glück. Ich hab Dingens bekommen. Jetzt ist es vorbei. Last Resort ging in die Rose, Mann. Was ist das? Was ist das? Oh. Oh. Ja. So ein Flottwist. So wunderschön. Nein, ich wusste es. Die Karte war gut. Oh my god, man. Gut, dass ich den Char genommen hab. Der Meister fein, Digga. Ich glaub's nicht. Alter. Das war jetzt geil. Der Mega-Flottwist. Das war verdammt, ne? Vor allem ging ich davon auf Last Resort. Und du dachte... This is my last resort. Aber ich bin auch down. Zum Müll. Das war jetzt grad geil, ja. Alter, krass. Ich wusste gar nicht, dass die Karte so gut ist. Ich hab die einfach nur untergelegt. Ich hab nur gesehen, dass in der Karte steht, irgendjemand verliert die Hälfte der Sterne. Und dann dachte ich mir, ja gut, passt. Und ich krieg die dann. Ja, ist doch nice. Oh man. Oh nein. Geh weg. Geh weg. Jetzt kommt die Rache. Pass auf. Geh weg. Nein. Oh 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 nein. Oh, ich muss es... Oh man. Okay. Was soll das denn? What the fuck? Du bist im Arsch. Oh nein. Oh nein. Oh, dieses privmelbo wars. Heißt ja. Du 17,000 w�핑st, Du'r�지 Rache. Hat nichts gebracht, alter. Ja, totale Rache war das. Oh nein. Oh cappen, ey. Das ist so zerstörend grad, ne? Da hole ich den Beach-Boss und dann haut er alles weg. Nein. Tja. Sora ist so weh. Und okay. This is my last resort. Für dich leif in die Pizza. Und Sieg. Nein. Alter. Hey, der Mauer ist gerechnet. Ich meine, ich bin 4. Das war eigentlich echt voll die Dramatische, die letzten beiden Züge, ne? Nicht so mit meinem Last Resort, was total gefehlt hat. Dann kam der Last Resort. Dann kam die Trap und die war eigentlich auch voll geil, aber hat trotzdem nichts gebracht. Aber es war eine dramatische Runde, also. Es war recht wüchtig. Das war echt geil, ja. Hat was gehabt, ey. Alter, echt geil. So, dann mach ich diesmal Spectator. So, machen wir das im nächsten Part, ja. Alles klar. Also, Wayne, du darfst's. Haben die Herren noch irgendwelche letzte Worte? Das war echt ein dramatischer... Victory! Pure Zerstörung. Das war ein richtig dramatisches Spiel, hey. Das war ein Best-of, auf jeden Fall, ey. Voll geil. Vielleicht ein nächstes Match. Gut, dann vielen Dank. Das war's bereits von dieser Folge. Wir machen uns gleich Pause. Wir sind uns in die nächste Runde. Jawohl. Ciao, ciao! Bye, bye! Ciao! Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.